Lieber Thomas Anders, diese Blumen sind für Ihre Frau, für Ihre Frau, als kleines Mitgibsel. Dann bin ich ja sehr glücklich, dass meine Frau auch heute noch Blumen bekommen hat. Vielen Dank, lieber Pater Albert. Sie sind doch eine ganz besondere Nummer, ne? Wer ist denn jetzt hier aus Los Angeles? Ich glaube, die Dame. Los Angeles, hier, bitte, da. Oh, du bist aus Los Angeles? Really? So, you can see my show next year there. It will be another show, but thank you for being here today. Ich habe mich bedankt, dass sie heute hier ist. Aber sie hat nicht die Verwandtschaft hier, also irgendwie, irgendwie extra. Nein, es war ganz, ganz toll. Sie haben es mir prophezeit. Sie haben gesagt, ja, das ist ein ganz, ganz toller Ort. Und ich durfte diesen tollen Ort heute mit diesen tollen Menschen erleben. Vielen Dank dafür. Und bleiben Sie der ganzen Gemeinde gewogen. Und ich würde sagen, Menschen wie Sie brauchen wir in der Kirche. Das würde vieles einfacher machen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön. Ich will was sagen. Eine ganz klar, bevor ich das vergesse. Also ich habe, es gibt glaube ich auch Leute aus Magdeburg. Stimmt das? Magdeburg hier. Leute aus Magdeburg, die extra aus Sachsen-Anhalt hier nach Klausel gekommen sind. Um Sie zu sehen. Wahnsinn. Also ich bin geflasht. Und Leute aus dem Ahrtal, habe ich eben gesehen. Danke. Also es gibt auch noch Fans von mir, die gekommen sind. Danke. Nein. Waren Sie früher im Ahrtal? Meine Familie kommt ursprünglich aus dem Ahrtal, ja. Aber vor 100 Jahren. Aber wir sollen noch einen Film machen. Wir sollen ein Film machen. Ein Instagram-Video habe ich gehört. Habe ich schon nie im Leben gemacht. Instagram live. Soll jetzt, ja doch, doch, das können wir hier irgendwie machen. Das habe ich hier irgendwie gehört. Ich soll ein Video machen. Die folgenden Sendungen verzögeln sich um 100 Minuten. Und jetzt? Live als Publikum. Ja, das wäre gut. Müssen wir umbringen. Da haben wir Publikum. Das ist live. Hallo, Instaband. Jetzt sind wir live von einer Super-Show. Das ist eigentlich mein Gag von der Show. Aber egal. Sie, 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 die Idee ist Ihnen. Ja, ich, äh, ja, was, welchen Titel wünschen Sie sich denn? Ja, da ist in den Cherry Ladies eine Superbridge drin, ne? Ja, gucken wir mal, ob wir das mal hinkriegen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Dankeschön. Harte alle!